Start Nr. 7, Jonas Schöne von der gewillten Mannschaft Eilenburg-Kottmar. Start Nr. 7, 2, Stefan Kupka Eilenburg-Kottmar. Start Nr. 7, Stefan Kupka Eilenburg-Kottmar. Start Nr. 8, 2, Christian Fellmeister. Start Nr. 11, 1, der erste Springer des Bittersbach-Tabatz-Teams, Marco Goldkirch. Start Nr. 11, 2, Mike Rallo, Bittersbach-Tabatz. Start Nr. 11, 3, Henrik Vogel. Start Nr. 6, Jan Mierste, gestern ebenfalls seinen Wettbewerb gewann. Start Nr. 6, 2, Lukas Fleißner, SG Medizin Bad Elster. Start Nr. 6, 3, Benjamin Schwab, SG Medizin Bad Elster. Start Nr. 3, Florian Liebkirn, Sv. Bad Rhein-Walde 1923, Landesschieverband Krambo. Start Nr. 11,iresより、グla가락 dredgeworld-Handale. Start Nr. 11, со стороны Nr. 15, 근데 водnor. Start Nr. 15, assignments taught Sensitians nossa codesạn, Start Nr. 15, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 7, 4, 4, 5, 7, Only 10, 9, 1, 1, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 13, 12, 12, 13,IA. Die Startnummer 3, 3. Springer Stefan Wiedmann, NSV Bad Freienwalde. Die Startnummer 4, Björn Kupke von der SV Lokomotive Eilenburg, Sachsen. Startnummer 4, 2. Fabian Wiesner, SV Lokomotive Eilenburg. Startnummer 4, 3. Kilo Kos SV Lokomotive Eilenburg. Startnummer 4, 5. Springer Stefan Wiedmann. Startnummer 4, 3. Springer Stefan Wiedmann. Startnummer 4, 3. Springer Stefan Wiedmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017